Was ist das denn? Der will mich bumsen, helft mir mal einer! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren eleganten Runde heute. Und warum wird sie elegant, lieber TH? Hallo? Stopp, 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 stopp! Wir müssen zurück in die Kaserne. Wir müssen zurück in die Kaserne, ich hab den Teekessel vergessen! Ahhhh, genau! Verdammt! Denn es wird eine britische Runde mit dem Mann, der hat den Teekessel und mit dem TH! Äh, richtig. Und die Milch, die Milch hab ich auch vergessen! Die Milch, ne, die Milch, dafür ist natürlich der Mann verantwortlich, der gerne Milch nuckelt. Dem so, Max? Hängt er wieder oder will er einfach nichts sagen? Hallo? Tja, ich will ihn zu gut über das Verarschen. Seid ihr wieder da? Ja. Also ich bin da. Max auch? Jaha. Gut, ne, ihr wart weg. Da hat bestimmt mein... Wir waren nicht weg, da war bestimmt kein... Ne, mein Internet hat bestimmt ein Schluck auf. Das ist bei Vodafone selten, aber es kommt manchmal auf, dass die so Schluck auf sie haben. Ich weiß, ich hab ja auch Vodafone. Aber es war lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Gut. Na dann wollte ich gerade sagen, nehme ich dem so Max, der gerne an der Milch schnuckelt. Hm, ich bin in der Küche. Gut. Der, wir fahren heute. Biskuits holen. Bitte? Biskuits holen. Biskuits holen. Auch gute After-Aid, hab ich schon lange nicht mehr gegessen. Na ja, heute, bitte? Ja, mach weiter, egal. Na gut. Ja, wir müssen wieder vorproduzieren, nämlich der Cooper ist wieder voll im Stress. Muss wieder, ne? Der hat, ne? Urlaub. Sag's doch. Ja, Urlaub. Wäre schön mal wieder. Ich weiß nicht, ob der Cooper ganz im Stress ist. Wir spielen noch nicht. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Heute britische, denn ich mach die erste Testfahrt. Ich hab ihn noch nicht gefahren, den Crumble. Den werde ich heute testen. Ich bin gespannt, wie Schmitz Katze. Und deswegen geht schon mal rein. Können wir ihn erst testen, wenn er die Schlacht drückt, dass wir nicht mal anfangen können? Bin bereit. Gut, los geht's. Dann testen wir. Ich bin hier gespannt. Ihr habt ihn schon hier fahren? Was ist eure Meinung? Wieso bin ich eigentlich wieder dieser penile Anführer heute? Bist du nicht, weil wir alle gleichzeitig uns eingeläuten haben. Hm, merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. So. Vielleicht doch mal den Glied dann unserem furchtlosen Anführer geben. Den furchtlosen. So, wo wollen wir hin? Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir. Das brauchen wir auch nicht. Darin nehmen wir auch mit. Oh, ich habe ja schon Panzerbrechen. Das ist ja schön. Dann machen wir aber nicht voll. So. Ich hab alles. Nein. Du sagst, ich weiß. Ich weiß. Wohin? HBC? Ich bin jetzt gerade zufällig gestartet. C. Bei C? Wir warten bei TH zufällig startet. Es ist in Ordnung. Ich komme zu C. C, gut. Achso. Ich starte natürlich in der Barriere. Du musst wieder alles kaputt machen. Ich habe hinten eine Rennstrecke, gerade Strecke, Asphalt. Geh problem. Geh los. Gummimmi. So. Erstmal immer durch dürfen. Das heißt. Kontrolle. Das heißt. Gib Kette. Gib Kette. Bezahlt. Hast du schon, Warte? Ich habe schon bezahlt, ja. Ich habe mit Korte. Geh schon. Mit Korte getan. Als Regeln rauszusuchen. Ach, scheiße. Ich habe nur ein kleines Pfund. Habt du schon wieder tanken müssen oder was? Ne, hier bloß. An der Schranke. An der Schranke. An der Schranke. Ah, okay. Sehe ich einen. Ach, da hin kommen sie durch. Nie Pommes Schranke, sondern einfach Schranke. Ich bin gleich um die Probe getriftet. Ja, total. Jo, ungekitzelt so fast. Ups. Da ist mir aber aus den Schuss losgegangen. Das ist mir ja noch nie passiert. Das ist mir ja noch nie passiert. Entschuldigung. Da ist das Link wieder das Ding. Da ist wieder, äh, was? Es löst die Schüsse immer, wenn die Leute hinterher fahren. Alles klar. Schüsschen aufs Nüschen. Schüsschen aufs Nüschen. Schüsschen aufs Nüschen. Wir sind die Kromwell-Boys. Du kannst ja die Boy hinterherfahren da drüben. Ich geh zu den Kromwell-Männern. Ne. Weggeschüttt. Weggeschüttt. Weggeschüttt gar nicht auf. Es hört fast gleich aus. Kromwell alten Säcke. Uh, da war was. Scheiße. N-S-C gefahren. Ja. Ich hab gerade einen Trafen gekriegt. Von links. Von links. Von uns aus gesehen. Okay. Äh, und zwar direkt dort vor mir. Äh, ich kann dir jetzt, äh, wo war's denn? Was war's denn? Da? Äh, nee. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Zwei Stück. Da kommt doch noch ein schneller. Äh, hier so ein, du bist schon so ein deutscher schneller. Luffy-Panzer. Aua, au. Hab'n? Den einen hab' ich. Da kommt noch einer. Hab'n verfehlt. Hochentraffer. Ah. Fuck. Hab'n Abschusshilfe. Gut. So, das ist noch ein leichter. Ich muss mein Getriebe-Räber werden zwischendurch. Moment. Na, bei mir an dem Haus geradezu ist nämlich noch einer. Vor dir, vor, 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 hinter dem roten Haus ist ein... Genau, hier. Forte. Neben dir. Ja, direkt neben mir ist halt Uri, ne? Hast'n? Ja, ich hab'n. Gut. Ich wüsste nämlich halt noch grabbarieren. Hast'n? Pass auf, da kommt aber auch noch was. Bei vor mir müsste irgendwo ein P4 sein. Jaja, den hatte ich gerade verfehlt und der hat sich zurückgezogen. Wir sind nicht, wo das ja von der anderen Seite kommt. Der in der P4 ist gestogen, ja. Ja, vor mir müsste noch irgendwo hin noch sein. Genau, vor mir wäre es gestogen. Ich seh' hier zwei P4. Ja. Ne, ich bin nicht dort in etwa. Ja, genau, genau. Ich seh' hier. Ich seh' hier. Ja. Oh, da war was drin. Ich bin die Kanone nicht gewöhnt. Scheiße. Hab'n, hab'n, hab'n Getriebeschaden. Die Kanone ist eigentlich gut. Quit. Oh, leck' mich doch am Arsch. Ja, die ist gut, aber ich bin die nicht gewöhnt, weil ich bin die, das ist, die anderen waren letztens kürzer. Ey, was ist denn heute? Ich hab' kein Glück beim Schießen. Ab'n. Ab'n. Ne, ich hab'n Gesangke. Da guck' auch, ob er den großen kann noch nicht klappt. Die anderen sind noch kürzer. Die anderen waren kürzer, Mann. Damit kann man besser. So, ich müsste jetzt mal... Ich müsste jetzt mal bei C reinfahren. Ich müsste jetzt mal reinfahren und in eine Besatzung abfassen. Also, ich muss ja sagen, also, der britische Rückwärtsgang ist ja noch bedeutend schlechter als der deutsche. Ja, wenn der Pappen fährt schon nicht rückwärts, aber der Britte... Der ist der Kumpel hier, der fährt ja eigentlich gar nicht. Lass auf, da ist was. Ja, nix zu sehen. Schieß immer drüber! Kannst du ziemlich genau drauf halten? Ey, daneben ist noch ein Stück. Vorsichtig. Ich warte bloß, bis du schießt. Oh no! Das gibt's doch nicht! Das ist genau ein Stück. Am Masten ist mein Kanonenrohr kaputt gegangen. Aber jetzt... Ah, jetzt wollte ich schießen, Mann. Ich tue ein Maus. Ich treffe natürlich nicht heute. Was ist denn los mit meiner Mause? Ich werfe Artillerie. Ja, werfe Artillerie. Ich hau mal... Wille Nebel irgendwie erst bisschen. Ich hab die Ketten erwischt. Ein Durchschlag. Du musst so ziemlich genau auf Kanonenhöhe ziehen. Wenn er stur ist, dann daneben, oder? Ja, dann wird das wahrscheinlich bloß nerven. Also wirklich schaden kann er nicht machen. Steht doch irgendwas anderes da hinten. Schießt er aber nicht? Okay, nee, komm ich nicht durch. Unbeschädigt. Dahinter ist noch mehr. Unbeschädigt. Gut. Sehr gut. Ist noch irgendein Jagdwasser da hinten drin. Also ist noch einiges da drin. Ich werde sterben jetzt. Ja, oder? Ich werde sehr stark. Ist noch ne Stück, bist du da drin? Direkt rechts neben der Ecke hin. Rechts neben der Ecke. Ein Durchschlag. Ich fahr hinten rum. Mit dem Panzer 38. Ich fahr hinten rum. Ich fahr hinten rum. Ach, da steh ich doch. Hinten hab ich ja erwischt, aber der ist noch ganz. Ich komm mit der Ecke. Ladeschütze im Flugzeug. Oh, nein! Meine Kanone ist kaputt. Oh, f*** die Hölle. Na gut, der andere hat mich kaputt gemacht. Sehr gut, danke. Bei der M3 Stuart lebt. Ja, ne, der hat mich schießen. Ach, nein, Adler. Komm, das war so gut jetzt. Das war eigentlich die schöne Wunde, aber. Also ich hab jetzt immer... Kommen die durch, aber... Alter, hier spielt Raibuhen mit. Hä? Weiß wie? Auf unserer Seite. WTF ist Raibuhen, Alter? Ja. Dacht's mir auch grade. Das ist ein Streamer. Ja, ich kenn den ja alle Streamer. Dann erklär uns das mal. Ja, Alter. Ziemlich guter Spieler. Wir kennen ja auch jeden Streamer. Halt 11 Reparatur. Hier kommt noch ein Stück. Benni und Benni haben mir was markiert. Ich hab... Komm, komm, rum. Dort? Okay, ich seh's. Ja. Ja. Ich geh auch noch im Haus. Ja, seh ich. War das meine? Das war doch meine. Warum hab ich keinen Abschuss gekriegt? Oh Gott, ich bin tot. Nein, ich sah ihn erschossen. Er war eine Bombe. Ah, okay. Kappen? Eine Bombe. War ja auch gar kein Overkill. Was denn? Ich tausche eine B-Bombe, mein Gott. Krieg gleich nur ein Bömmchen. Das ist ja ne kleine Schnuckelstuck. War ja auch ne kleine Stuck, weißt du? Der hat ja nicht mal ne Kanone drauf. Ne Schnuckelstuck. Da kommt genau dahinter noch eine. Hast du noch ne Bombe? Ja, aber ich... Ich muss ja gerade erst mal Flugzeugverleidigung. Boah. Ich hab noch ein Bömmchen übrig. Und ein paar Ergäden. Wir müssen zu... Fliegt ihr die ganze Zeit? Ich fliege noch. Moment. Wir müssen zu B, oder? Ah, du bist noch bei C. Ich komm dann... Da komm ich zu... Zu dir, Max. Okay. Seh ich. Und du hast noch einer. Neben dir. Ja, der P4. Den nehm ich. Der P4 war wichtiger. Ja. Ja. Bam, ist weg. P4 F1 hab ich. Einmal unsere an. Okay, die Stuck neben dir sehe ich. Hab ich. Hast du? Ja, hast du ja gut. Au. Die sind nicht. 28. 29. Scheiß schlack. Scheiß schlackt und nerviglich. War nicht so schlimm. Und dann können wir sie. Hier ist jetzt erstmal nichts. Nein, das ist mir jetzt erstmal nicht so. Nein, das ist mir jetzt erstmal nicht so. Aufgefallen. Sie ist nichts. Ich mach jetzt in High Speed Richtung. Oder ich sehe, ich sehe nur in... irgendwas was MGs hat. Da drüben, ja. Oder ich sehe so. Ich sehe so. Es ist schießen, das ist gut. Wo ungefähr? Wo ungefähr? Ja. Ich sehe so. Ich hab mich weiter erwischt, aber ich hab noch mitgenommen. Okay. Nach einer Gassen. Du hast die ganze P4 umgeschmissen. Der liegt auf Dach. Gut. Der liegt auf Dach. Da liegt ein M4 auf dem Dach. Weil du bist vorderlich jetzt eigentlich keine so schlechter. Ne, außer, dass ich immer da rüber geschossen hab. Aber... Und nie durchgekommen bin. Ja, weil du einfach viel zu gestresst bist. Husser. Ja, ich endlich sieht's mal einer ein. Na, endlich. Unentspannt sein. Der ist viel zu unentspannt. Hat er recht. Genau. Einfach mal ein bisschen ruhig bleiben. Mhm. Man hätte ja auch mal eine Runde drüber reden können, was man spielt und nicht gleich ins Spiel rennen. Das ist ein Arsch. Das ist hart. Das ist hart. Richtig. Man hat recht. Man muss doch mal drüber reden. Easy peasy, Mann. Ja. Einfach mal richtig ruhig bleiben, Digga. Oh, hier wird drum geballert. Was öffn mag. Wo bist du da? Was rumgeflaggt mit schwerem Flachs. Was rumgeflaggt mit schwerem Flachs. Alter, Alter. Ich befinde mich im Feindgebiet. Ich befinde mich im Feindgebiet. Ich komm mit Wache gerade. Ich komm mit Wache, lass. Oh, hinter mir ist oder was? Sie befinden sich im Feindgebiet. Sie befinden sich am Feindgebiet. Äh, Feindgebiet. An dem Feind sein Glied? Was? Was? Na klar. Ich hab' ich natürlich auch. Mit einem Gefahrer genau so gekillt. Das ist nicht nur der blöden Zugachse Stich. Was ist hier los? Was ist hier los? Die wird hin und her geflaggt oder ist es bloß MG? Die flanken sich hier alle gegenseitig. In Münster? Ich hab' ich noch rumgeflankt, ja. Oh, die P4. Wo kommt die der her? Da ist was. Oh, nur. Ich verschwende meine Munition dafür. Ich komm nicht durch mit meiner dicken Muni. Ist der tot? Nee, der bewegt sich noch. So schlecht war der Bund ja nicht mehr. Günther will flanken. Naja, Platz 14. Super. Schöne Scheiße. Naja, aber hat Spaß gemacht. Ja, aber dort war ne schönes Zusammenarbeit. Das muss ich gelassen. Das war gar nicht schlecht. Ja. War okay. Bloß wie gesagt. Alles markiert. Angesagte Gegner. Was ist eigentlich die Kurzwahltaste für markieren? Musst du dir setzen? Musst du dir selbst setzen? War noch nicht. Naja, machen wir eine Nachtaufnahme. Also, du hast doch neben der Shift-Taste hast du da so keine Pfeile drauf gesetzt. Genau, das macht sich relativ gut. Hm. Das ist ne gute Idee, ja. Ja, aber das weiß ich dann. Einfach geh einfach kurz auf Steuerung. Genau. Da sehen wir noch was. Was von der Steuerung? Wo ist das? Nee, lass jetzt. Das dauert zu lange fürs Fitschen. Machen wir weiter. Das nächste Mal noch ne Runde kommen. Komm, ich muss ihn einfahren, das Ding. Gut, seid ihr ready? Dann muss ich einen reinfahren. Ich muss einen einfahren. Ja, ich finde alle anderen ready sind dann ganz schön. Ich bin ready. Räderi? Wir sind noch... Räderi? Wir sind noch unter 20 Minuten, deswegen machen wir noch ne Ründchen. Ja, ne. Als du mal... Everything is awesome. Ach scheiße, das muss ich mal runterladen. Das wollte ich immer machen, wenn mir gute Teamarbeit kommt, das dann so rein. Jetzt fällt mir noch mal. Nächste Woche nochmal auf Dreh, dann hab ich erstmal Ruhe. Dann werd ich das alles mal vorbereiten. Gut ähm... Wir werden jetzt wieder Chromwellen. Ja. Gerne Chromwellen. Jungs, wohin? yasessern? A-H실? Ähm, jaa... etenetenetenetenetenetenetenetenetenetenetenetenetenetenaut 갖고? Der spuckt total. Der spuckt total. Frengepufft. Was hast du denn wieder für ein Special-Teil, Alter? Was hast du denn wieder für Bierdinger auf der Nase? Das ist ganz einfach ein Grumbel. Ganz einfach ein Grumbel, ja. Oh, was ist denn das? Ach, wo kommt denn die her? Ups, hast du gar nichts mehr. Hast du noch gar nicht aufgefallen? Oh, da ist wieder. Können wir ein Deck zusammenstellen? Den Grumbel habe ich, das habe ich. Ach, ich habe ja noch den Spezialkrumbel gezogen. Den habe ich da auch noch. Glauben wir die irgendwie flanken hier? Meine Kanone ist kaputt. Ganz schlecht. Ist hier nur beschädigt. Arzelleriefeuer. Was ist denn das? Na klar, mein Rohr ist beschädigt. Ah, Kanone kaputt. Assi. Das schießen kann nur noch was. Ah, da kommen noch mehr. Ich fahre mehr auf den Weg, Junge. Ich muss mein Rohr reparieren. Ah, es sind drei Stück stehen dort nebeneinander und keiner hilft. Ja, ich habe meinen Rohrslader kaputt und dann hätte ich schon welche weggeschossen. Aber genau, genau wenn ich schießen kann. Ich hätte die wegschießen können und mein Rohr ist kaputt. Die haben genau mein Rohr erwischt. Für ein Pech. Für ein Pech. Ja, wir sind ja komplett umgereist. Also... Stehen sie überall. Kann ich schießen auch durch Häuser eigentlich? Weil ich das denn? Der will mich bumsen. Helfen meiner. Scheiße. Wie ist denn das passiert? Der ist von hinten durch. Das geht doch nicht. Also ganz komisch. Das war eine weirre Situation. Ich weiß gerade zufällig, wo ganz viele Gegner auf einem Fleck stehen. Echt? Echt? Oh, hier kann ich meinen Welli nehmen, oder? Der hat ein bisschen gepanter. Ne, ich meine Valentine-Panzer. Welli-Bombo. Welli-Bombo. Ja, aber... Alle zu. Moin. Alle zu, Bombo. So, Tire, ich gebe dir noch ein paar Calls. Oh, Bomi, komm. Im Moment, im Moment kann ich dir jetzt noch nicht vor, weil ich es um nichts sehe. Call me. Maybe. Call me. Oh, he. Call me. Call me. Ja, call me. Call me. Call me. Call me. Call me. Boah, da, ich sehe eine richtige Flotte an, Leute. Wie ist es los da? Die sterben aber gerade alle. Warum sterben sie alle? Das kann ich nicht werfen. Muss ja nicht. Muss ja los. Geht ja schon tot. Scheiße, da. Warum verschwende ich meine Muni da? Ja! Jetzt habe ich, Bums, mein Mäusel habe ich so kaputt geschossen. Entschuldigung. Das war jetzt ein innerer... Ihr wisst schon. Warum habt ihr eigentlich nicht einen Archer mit einem Deck? Ich habe einen Archer? Okay, ihr seid Käpt'n, ich versuche die Flanken hier zu halten. Ach, da kommt Gott. Max war beigeflogen. Zusammenarbeit. Sehr gut. Das war ein Double. Au, au, au. Ja, ich habe jetzt drei Kriegs-Kommande. Flak-Fahrzeug mit dem Kalon wieder geschossen und dann... Nie schön wie der Autoralleriefeuer, aufgeben wir vom Sack. Ich bin schon wieder, Alter, ich werde nur durch Arty getötet. Danke. Nee, das war der andere, ich habe die nie gesehen. Scheiße, oder? Wo kommt das denn? Die P4s, wirst du? Die schießen ja auch schon durch Tigerbruch. Wo kommt das denn hin? Alle P4s haben allgemein nie auf Tiger geschossen. Ja, aber die könnten durchschießen. Hier seid ihr alle am Fliegen. Ja. Die eigentliche Panze runter. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr? Ich bin nämlich tot. Komplett. Ja, ich habe was gekillt und bin ins Flugzeug eingestellt. Und habe was gekillt und bin jetzt am Plan. Ja, ich bin komplett durch. Ich bin zurückgegangen, doch. Oh, was ist denn das jetzt? Leck mich doch. Was hat mich jetzt erwischt? War das eine Bombe? Naja, jetzt bin ich. Die Runde ist wahrscheinlich. Ich bin Arsch. Ach, wie bescheuert ist das denn? Ich bin gerade losgefahren, hat mich eine Flugbombe erwischt. Da war ich total kaputt und jetzt hat mich einer von Weitem dann erschossen. Super. Da ist. Geil. Da ist hier. Ja. Geh ich mit dir? Ich kann noch mal rein, aber mit. Okay, mit dem Kursier. Also, ich habe mit einem Überflug drei Fahrzeuge gekillt. Ja, haben wir das hier schon drin. Ja, du bist geil. Bist du noch mal so? Ja, du bist ja Hammer. Das müsste ja auch sein, wenn wir mit der Firefly gleich 2000 oder gleichzeitig haben. Ja, wirf's. Müsst du auch wirklich ein bisschen schauen, der Vertrag. Du bist ja Hammer, Max. Du bist ja geilste Hammer. Ich weiß, dass ich da Hammer bist, deswegen lebe ich hier auch noch. Ach, na klar. Ja, endlich. Aber ich muss die Munition, bei den alten habe ich noch die Munition umgestellt. Niederische Munition auf dem ersten. Ich habe natürlich jetzt mit Explosiv-Leitung auf dem Panzer geschossen. Au! Oh, der war gut. Der steht immer noch da. Ah ja, da bin ich durch. Ja, V-Zwagen 4J. Das ist ja auch ein brutales Fahrzeug. Der hat mich seitlich penetriert, alter. Krasse Scheiß. Also schräg, ne? Ist schon... Schräg. Schräg. Oh, ganz schön schräg. Ist schon schräg. Das ist... Schräg. Ich kann immer noch einen. Ach, bloß mit Flacken. Mit Flacken? Ja, wenn du eine Flackhilfe brauchst, ich bin am Punkt da. Ich kann nicht weiter raus, weil da kommt eine Flack davon. Ich stelle mich hin und winke. Ach, das ist ein Ende. Ach, das war. So, was ist denn in der Herrwelle da irgendwo ein Gecker? Ach, da. Ja klar, hat nicht mehr gezählt. Ah, das kann ich auch. Naja. War doch mal eine schöne britische Runde. Ey, assiste, hab ich dir schon erzählt, wo wir hier Bombing-Fritz hier torpediert haben. Meine Turps, die richtig geil waren, vor und nach der Torpedowulst, hat, nee, gezählt. Weiß ich, hast du schon erzählt. Hab ich schon erzählt. Ich hab die so gut platziert. So Bombe. Aber egal. Natürlich hast du die so gut platziert. Natürlich, doch, ich hab wirklich kurz vor und danach gesetzt, nach dem Dingsziel. Nee, ist klar, weil du der Hammer bist. Ja, endlich, seht's mal ein. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, ne. Ist gut, Anze. Max, Anze, Max. Der Hammer, regelrecht, der Monster Hammer sozusagen. Warum ist es da nicht runtergegangen? Mit diesem wunderschönen Worten. Nee, 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 Max, pass auf, wie da nicht. Die Entsatzkarte, ich wollte gerade sagen, mit diesen wunderschönen Worten, ne, sagt der Michael Kuppert, ciao. So, Max, das ist auch was. Tschüss. Weil du der größte, schönste und einzigartigste Kuppert bist, den wir haben. Ach, Arschloch. Wieso denkst du? Und dann kommt der wieder so hinten rum. Sag tschüss, Tietz. Sag tschüss. Sag tschüss, Tietz. Und was sollen die Leute machen, Max? Am Glöckchen spielen, Kommentare schreiben, abonnieren. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann, haltet out.